Ich muss bei dir schauen, oder was? Ich muss in deine Richtung schauen, wo der abgezogen ist. Ich habe ihn gerade getroffen, irgendwie. Ja. War doch außer jetzt nur noch. Ja, ich sehe schon. Ist das zu schnell? Ich muss einfach nur helfen. Ja, wieder erwischt. Ja. 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 Ja, hier. Ja, hier. Okay. Tell Rose, that whatever happens, I'll always be her best friend! Oh, she's over there! Rose! Sweetie! Darling, this might look strange, but it's us! It's Mom and Dad! Rose! We need your help! Look! It's us! What? She can't see us! Sweetheart! We need to talk! We need your tears to break the spell! Darling! She can't even feel us! What are we gonna do? Wait! Wait, look! Did you just see that? Huh? We have the power to affect stuff around her to get her attention! Yes! That's perfect! Right! Let's... Let's destroy something Rose loves to make her cry! What? The elephant! Rose loves her elephant! It's her best friend! We destroy the elephant! We make Rose cry! Oh, my God! Oh, my God! That is a great idea! Haha! Did you cry a river? Yes! Haha! Alright! Now we just gotta... Well, we just gotta get through her toys! Well, this would have been a lot easier if you tidied her room! Well, at least I didn't buy her a crazy space monkey that nearly got us killed! Oh, shut your clay face! Oh, my nose is itching! Yeah, that's the dust! You must remember to clean under her bed! That's too! Yeah, noted! Yeah, exactly! One less would be a good thing! Yeah, exactly! Heh! One less would be a good thing! Oh, she really loves it! Yeah, that's a good thing! You have to buy a replacement later! Okay! 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 What about a car that's not? No, that's not! But for I can buy anything else! Oh, you can't take it! Oh, that's a car! Yeah. Oh, that's a car, right? So, fire free! Oh! Yeah! War a bus in the city? No, you can't take it, right? Oh, in red! Sure! We're free! Well, we can use the car! Danke, machst du mal mit Absicht? Natürlich in rosa. Ah, ich kann dich auch schieben, steck mal vorne ein. Ja, perfekt. Au. Und jetzt? Was war das jetzt? Äh, ich glaube, das war ein Achievement wert. Entdeckt Rodeo. Okay. Oh, das habe ich, glaube schon. Wer länger oben bleibt, wa? Bleiben möglichst lange auf dem Bullen. Oh Gott. Wie macht man das? Ah, ich bin ab. Okay, ich dachte, ich muss dann drücken, wenn der Buchstabe auftaucht. Oh Gott. Also, wenn das kurz vorm Abklingen ist, sozusagen. Oh Gott. Jawoll. Ich bin der Rodeo-Meister. So, gibt's hier oben was? Ja. Das Achievement hast du aber bekommen, wa? Durch den Reifen da, oder? Äh, das habe ich schon längstens. Ach, hast du schon gehabt? Okay. Ah, warte. Hä? Nicht bewegen. Warte. Ah. Ah, alles klar. Ah, sehr gut. Jetzt komme ich hier durch. Warte. Noch nicht. Äh. Wie komme ich denn da ran? Ach, da musst du auch was drücken. Ah. Okay. Ja. Okay. Die vier. Achso, ich muss aufbleiben. Natürlich. Ich bin gesprungen. Ey. War das jetzt irgendeine Rache, oder? Nein. Nein. Überhaupt nicht. Ab durchs Mauseloch. Oh Gott. So, hier sind alle drin. Ich kann hier alle rein stampfen auf jeden Fall die Dinger. Ah, okay. Aber ich weiß nicht wozu das jetzt gut war. Keine Ahnung. Ah, das Spiel. Oh nein. Nein, nein, nein. Kacke. Ist das ein Mini-Spiel? Ja, ist ein Mini-Spiel. Geil. Nein. Warum nicht? Also, das ist ein Mini-Spiel der Sorten, aber... Oh komm. Ah, das gibt's doch nicht. Ich stell mich grad ein bisschen blöd an, oder? Nein. Nein. Noch nicht. Boah. Mach's rüber hier. Perfekt. Du musst jetzt den linken Weg nehmen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ich bin da. Oh Gott, jetzt muss ich ja bei dir gucken. Das war richtig? Ja, auf der anderen Seite. Äh, was haben wir denn? Hund? Bleib da. Äh, Löwe? Bleib drauf da, Mensch. Au, nee. Scharf. Huch. Frosch. Oh. Ey, ich warte mal. Okay. Frosch zuerst, was war danach Hund? Genau. Löwe. Scharf. Und Frosch. Und dann bist du da. Und Löwe. Uah. Unglaubt. So, ich muss hier runter... Nee, ich muss hier runterrodeln. Eine Kuh. Nach Mut. Viele Kühe machen Mühe. Moment. Ah, okay. Jetzt sind jetzt ein Minispiel. Okay, bin da. Mal schauen, was wir hier machen dürfen. Ich glaube, das Minispiel habe ich noch. Nimm einen Ball und werf ein Fütter Reptilien mit Bällen, um zu punkten. Äh... Wie macht man das? Äh... Wie wirft man? Mit dem Rest. Oh. Mit dem Rest. Mit dem Trag. Ah, Mist. Äh... Drei Punkte kriegt man da bloß? Nein, nein, ich habe Treffer gemacht. Ja, drei Treffer und dann war Schluss. Oh. Oh, fünf Punkte. Okay. Mist. Ah, Mist. Boah, sieben zu zehn. Egal. Ich weiß gar nicht, ob das der findende Milikspiel war. Werden wir sehen, wenn wir es haben. Wir haben ja bis jetzt alle eigentlich durchgespielt, oder? Kann ich hier jetzt gar nichts haben. Äh. Was denn jetzt? Eins plus fünf ist 15? Nein, nicht ganz. Sieben plus... Sieben plus... Zehn Sekunden haben wir bloß Zeit dafür. Okay. Alles klar. Und jetzt? Sieben Pärchen. Sieben. Das ist ja eine Schütze. Sieben. Untertitelung des ZDF, 2020